ob wir übereinstimmen mit der Art des Gesteins, was man verbaut und verbindet, da bin ich auch, wie wir das beide so sehen. Sehr gutes Stichwort, da kommen wir gleich mal ganz kurz zum Material. Da gibt es ja mittlerweile die tollsten Dinge und es gibt auch mittlerweile die grausamsten Dinge, wo ich mich manchmal dafür schäme, dass sich Menschen das in die Aquarien bauen. Auch wenn ich jetzt, falls jemand bei ist, der das hat, das tut mir leid, aber es ist halt mein Geschmack und den trifft es überhaupt nicht. Und unter anderem mag ich zum Beispiel keine Keramik, zumindestens nicht, wenn sie wie folgt aussieht. Oh oh, das ist gefährlich. Wenn der Danny sagt, ich hole da mal was. Dann wird es gefährlich. Stefan Hu, danke für 50 Sterne. Wenn es geht, nenne ich euch dann Kai auch nochmal 100. Dankeschön. Also, Keramik. Wir haben ja mittlerweile so viele Erfahrungen und ich sehe da immer irgendwelche lieblos reingestellten Türme. Ja, aber so sehen die aus. Das ist Fakt. Wenn ich die Tassen sehe, das ist so geil. Und da frage ich mich, hat von den Menschen noch nie einer ein Video oder ein Filmspiel über das Great Barrier Reef gesehen? Also, es tut mir leid. Ich kann mich damit nicht anfangen. Ja, das ist ja. Ja, zum Krachen. Muss man erstmal wirken lassen. Also, muss man wirken lassen. Also, so von Stellfläche ist eigentlich gar, das will ich nicht abschreiben. Also, das passt schon. Ja, aber genau, das ist es. Das ist wirklich, also, das ist so geil. Das ist eins zu eins. Wenn ich links und rechts gucke, also hier unsere schönen Nauti-Tassen. Hast du auch schön Butter-Dose genommen, sehe ich gerade. Sehr geil. Aber so sieht das aus. Ich habe das heute erst in der Gruppe gesehen. Da war auf einer Seite, also, nicht böse sein, liebe Leute, wenn wir, ich muss mal die Augen trocken machen, wenn wir, wir sehen sowas und wir begutachten das. Das ist schon krass. Und tatsächlich, wenn ich diese Tassen da sehe, liebe Leute, ihr seht das rechts und links, es sehen manche tatsächlich so aus. Ja, und dann musst du da halt deine Korallen draufstellen. Das hat ja nichts mehr mit den natürlichen Lippen zu tun. Und da gebe ich Danny echt voll recht. Also, mein Geschmack trifft es auch überhaupt gar nicht. Also, ich muss jetzt nochmal sagen, ganz kurz, nehmt euch bitte nicht alles, oder das, was wir erzählen, nehmt euch das nicht zu Herzen. Wenn das einer leiden mag, ist es euer Aquarium, ihr baut euren Riff und ihr müsst es mögen. Es ist halt, ihr habt euch gewünscht, wir sollen es machen und wir sind ehrlich zu euch und sagen uns, was wir mögen und was wir nicht mögen. Und das ist einfach so. Ich mag es nicht leiden und es hat nichts von naturnah und überhaupt nichts von einem natürlichen Korallenriff. So sieht es nicht aus. Das mag in fünf Jahren, wenn das ein bunter Korallenstock ist, mag es alles toll sein. Aber wann ist das so? Also, die ersten vier Jahre gucke ich mir so eine Firma an. Nein, ist nicht meins. Ja, stimmt, Marcel.